Halli Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Moving Hazard. Jetzt wieder probieren wir weiter das Spiel aus hier. Wieder im Team Deathmatch mit dem Grundrang und der Geeks gehört in meinem Team gegen den Dall und den Liquid. Hallo! Erstmal den Hals ab, die ihr schlitzt hier. Der muss nicht auf den Schultern sitzen. Meiner Meinung nach, das ist die beste Map vom Design her. Oh, die Zombies im Nahkampf zu killen. Der Ton ist hier nicht verbuggt oder sowas. Wir haben den Ton alle irgendwie leiser gedreht. Also der Ton ist verbuggt. Ja, weil es hier so ein Dauerrauschen auf der Map gibt, so ein konstantes. Damit ihr daten schafft, haben wir einfach weiser gemacht. Aber ich würde ihn gleich nochmal hochschrauben. Nancy schießt einfach das Gitter. Beat Nancy. Why not? Why not? So, jetzt hier, Options, Audio. Also bei mir passt das vom Sound eigentlich relativ gut. Machst du die ganze Zeit? Du weißt das und was das selber wie ich? Oh Gott! Was? Ne, ne, das war ich. Toll, meine Zombies laufen gegen den Bus. Naja. Vielleicht wollen die da rein. Die wollen den Bus auch noch wegkriegen. Liquid stirbt mal wieder nicht? Hm, zählt ich halt da. Komm schon. Die Zombies sind aber blöd ey. Wir brauchen mehr Zombies. Oh shit. Oh warte, der Zombie hat mir nen Rücken geschlagen. Da hab ich über, über Nancy gezielt. Äh. Der hat ja auch nen Rücken geschlagen. Dann konnte ich nicht mehr auf Dalu schießen. Ja, die Zombies, die sind halt echt auch ein wichtiger Faktor. Noch eine? Ah, oben. Wo ist er denn? Der McFly. Verdeck mich. Guck guck. Guck dir Aggros. Irgendwie bekomm ich Liquid nicht tot. Egal was ich mache. Wo war Nancy jetzt? Ich kann ihn im Kopf schießen. Ich kann ihn auf den Körper schießen. Ich kann ihn auf den Körper schießen. Liquid stirbt nicht. Warum sollte ich auch? Das ist ja kacke. Dann wär ich ja tot. Ich bin auch wieder weg. Groß Gefallschirm. Ja, da war ich. Das hast du gut gesehen. Da war er. Na du, Bus. Oh, die Zombies werden langsam mehr. Was hast du denn für ne Dauerfeuerwaffe? Rat, 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 rat. Nein! Was ist ich? Nancy's Zombies haben mich gefressen. Ernsthaft? Ah! Willi? Der stimmt. Der steht da. Nehmen wir an mich selbst. Knife ist Insta-Kill. Das ist cool. Ich liebe es. Wirkt es so gerade. Wenigstens irgendein Faktor, der mich in meinen Kuh machen muss. Messer ist Insta-Kill. Boah, die Zombies. Ich kann nicht aimen. Die hab ich angebissen. Ich finde meine Overschenkel so sexy. Ja, ja, gegen Liquid's Aim kommst du einfach nicht an. Oh, Liquid ist noch nicht rum. Ja, ich hab aber davor schon gegen Nancy und McFly. Der war ein Bug. Glitz. Glitz! Was hast du gestorben? Das ist ein Glitz? Ja. Au! Das ist eigentlich nicht intended für ein Spiel. Ich lad mit der Para so oft automatisch nach. Aber was voll dumm ist. Was? Dieser Zombie blockt, selbst wenn er tot ist, noch einfach alle meine Kugeln, ne? Bis er umgefallen ist. Ich wusste, dass du da bist und wollte einfach weiter sprayen, sozusagen. Oh, da spawne ich vor Kuhnen dran, ey. Nee. So nicht. Ja, genau. Macht man die immer. Ja. Das Problem ist, wenn du spawns, teilweise spawns an so beschissenen Orten. Geht nicht, lol. Ich lauf sonst so lang. Das wolltest du wissen. Ja, wieder zwei gleichzeitig. Das gibt's grad nicht, ey. Das ist... Treff hier auf keinen alleine. Ah, hast du jetzt von der anderen Seite auf mich geschossen? Ich war von der... Ja. Ich hab so einmal einen Hitmarker bekommen, dass ich dich einmal getroffen hab, ey. Ah, die Waffe ist nicht so geil, ey. Ich muss auftreffen, um einen zu töten. Hast du den Heavy genommen? Ach, Leute. Was hättest du? Ich weiß, Zombies, sprintet doch einfach... Ja, nicht mich schlagen. Ich hatte euch bekehrt, ey. Bekehrt? Ja, ich hatte die Zombies bekehrt, eindeutig. Ah, so ist das also. Du siehst also auf Zombiefrauen? Mhm. Ich hab nicht gesagt... Das ist natürlich blöd, ja. Ah, die verstecken wir im Haus da. Ich würde die Endgame sagen, schon ein bisschen mehr rein wollen. Hier kannst du ja die Namen aufblitzen. Du bist doch drin im Haus, ey. Ja, ja. Ich hab schon die Namen aufblitzen sehen. Wer versteckt sich also? Ach, du. Ihr seid in der Überzahl. Ich darf mich verstecken. Alter, die Zombie-Armee. Los, Zombies. Hopp. Ich schick auch noch welche. Das ist nicht cool. Nancy! Du bist auch im Haus. Das ist auch... Hey, auf zu lachen. Lachst du mich aus? Würde er doch niemals tun. Backfly, du Sack! Die ganzen Zombies! Oh nein! Da kamen die Zombies! Du hast ja alle schön angelockt. Dann nehm ich's lieber mit. Da läuft Geeksgrin über die Straße. Nein! Doch! Nein! Unter Feuer, Nancy! Nein! Die sind halt immer noch in dem Haus. Kann nicht wahr sein. Nein! Wir haben noch keinen Grund wegzugehen. Ja, ich geb dir jetzt gleich einen Grund. Pass auf. Wo bin ich denn jetzt? Über dir. Im Fenster. Natürlich. Nein! Was war das? Was... Was hat mich da zwischendurch getroffen? Meine... meine komische... Nate auf... Ich hab... Ne, ich hab die Blindness Virus gemacht. Ne, ne, das war es nicht. Gesehen hab ich noch. Die, die Zombies bekehrt. Achso, die macht doch was an Spielern. Oh, ernsthaft? Ich raste aus. Die macht doch was an Spielern. Was ist das denn für ein Zombie? Der sieht irgendwie komisch aus, nennst du ja. Ja. What the fuck? Der hat Gomo auf dem Kopf. Ach komm! Ne, da hinten wird irgendwo geschossen. Gib doch einfach mal! Boah, ey, ernsthaft. Wie viele Kugeln fress die eigentlich? Schön! Das hab ich mich auch gerade gefragt. Nancy hat mich geholt, eh. Wo ist das denn, Lon? Ob wir noch ein bisschen drunken mehr... Man kann so ein ganzes Magazin reindrücken, er bleibt mich trotzdem noch. Ist... Auch da... Wie oft du ihn triffst, bis er stirbt. Na, sieht der noch alles? Ja. Ja. Wir sind Kunrad hier noch gemessert. Man sieht nicht mal, ob die Namen von... Also, ob die Leute freundlich oder feindlich sind. Wenn du mit diesem Blindness gekürzt bist. Ich bin eh da und ich hab keine Munition. Oh, guck mal, wie viele Zombies! Los! Oh Gott. Heilen, heilen, heilen. Ist eine Horde unterwegs, oder was? Horde, ja. Die Horde wurde aufgeschreckt. What? Oh, da wird Liquid von den Zombies getötet, ey. Aber ich hatte dich davor auch schon gut erwischt, ne? Er lässt sich nicht killen, er lässt sich. Ja, aber das war schon lange wieder voll. Ach ne, dich hatte ich gekillt sogar. Oh, so dass viele Zombies, McFly! Du aber auch! Ja. Oh nein. Oh, wie viele Zombies! Noch mehr! Komm, noch mehr! Ich stehe mit der Para eigentlich ganz gut. Oh nein! Boah! Oh, wie geil! Victory! Na, mit den Zombies seid echt super. Sehr nice. Äh, McFly und ich schicken uns dann den Zombies. Ich hab's gesehen. Ich wollte nämlich grad rausrennen aus dem Haus und hab gedacht, ne, da bleibst du mal drin, ey. So Leute, schaut auf jeden Fall bei den anderen Gernilau vorbei. Und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal, ne? Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!